So was habe ich noch nie getragen. Wem gehört denn dieses Kleid? Als wäre es für mich gemacht. Dann gehört es jetzt auch hin. Aus dem Privatkeller Napoleons. Wie kommt man denn zu so was? Ich habe dort einmal übernachtet. Wenn es Ihnen gelingt, mich zu malen, wird Sie das unsterblich machen. Oh! 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 Fräulein Zedlatschek, so spät noch. Ja, der jungen Frau Milchgeschäft hat mich gebeten, dass ich die Bommonier noch heute dem Fräulein Lutz übergeben soll. Ich hoffe, ich störe nicht. Ich habe gedacht, das wäre das Fräulein Lutz. Wo ist sie denn, ihre Verlobte? Die Dame und ich arbeiten. Außerdem bin ich nicht verlobt. Nachbarn. Gute Nacht. Ich werde es dem Fräulein Lutz morgen sagen, dass was für sie gekommen ist. Gute Nacht, meine Dame. Hilfe! Danke. Sagen Sie der Lucy auf keinen Fall, dass bei mir eine so schöne Frau war, mit der Sie mich erwischt haben. In flagranti nennt man das. Ich sag nichts. Ich sag nichts.